Hey Leute und willkommen zu Maximilian, das Spiel von Macht und Liebe, etwas was ihr euch gewünscht habt und wenn ich so in meine Kommentare-Sektion gucke, dann ist die ja auch voll mit Macht und Liebe. Oder so. Aber bevor wir in den Trailer dazu einsteigen, kurzer Disclaimer vorweg, ich habe den Dreiteiler tatsächlich bis heute noch nicht gesehen, ganz einfach deswegen, weil ich schon seit Jahren keinen Fernseher mehr gucke und das Ganze irgendwie an mir vorbeigezogen ist, weil es ja auch nur eine Produktion ist, oder was heißt nur, weil es ja eine Produktion ist, die hauptsächlich fürs Fernsehen gedacht war, beziehungsweise sie wurde ja erst ausgestrahlt im ORF in Österreich und danach im ZDF in Deutschland. Aber das ist auch gar nicht so schlimm, dass ich das noch nicht gesehen habe, ganz im Gegenteil, das wird quasi eher so eine Reaktion auf den Trailer heute und wir schauen dann mal, was wir an dem Trailer, was wir aus dem Trailer schon alles rausziehen können, ohne dass man jetzt den Dreiteiler vorher gesehen haben müsste. Also das Ganze spielt ja dem Namen nach schon um die Person Maximilians I, Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, also später dann zu seinen Lebenszeiten. Das heißt, wir haben hier einen sehr definierten zeitlichen Rahmen, Ende des 15. beziehungsweise dann später noch theoretisch Anfang des 16. Jahrhunderts, wobei ich dem Trailer nach bezweifle, dass es Anfang des 16. Jahrhunderts noch spielt. Allerdings, was wir hier haben, ist so die Vorbereitung einer Schlachtszene, die nicht ganz in die Zeit so passt. Also gerade wenn man sich so die Rüstungen hier und da anguckt, das wäre eigentlich eher so 14. Jahrhundert mit viel Fantasie noch Anfang 15. Jahrhundert, so in die Richtung Asens-Cours rein könnte man da noch gehen. Allerdings, da wird es auch schon ein bisschen schwierig. Allerdings, was mich hier über diese Einstellung ein bisschen mehr irritiert ist, dass wir hier nur und zwar ausschließlich Schwerter im Bild haben. Ich will jetzt natürlich nicht sagen, dass Schwerter im späten 15. Jahrhundert nicht mehr vorhanden waren oder dass es sie einfach nicht mehr gab, aber es war halt nicht mehr die primäre Waffe für ein Schlachtfeld. Und gerade in so einer Situation, die wir jetzt hier haben, wo die Schlacht noch nicht am Laufen ist, ist es eigentlich nicht üblich, dass eine ganze Schlachtreihe an Soldaten da nur mit Schwertern steht. Also da hätte man alles, von Pike über Hellebarde über Mortax bis hin zu exotischsten Varianten, alles mögliche, nur nicht unbedingt Schwerter. Und besonders nicht Schwerter, die eigentlich mit einer Hand geführt werden, wie hier im Zentrum des Bildes, die dann hier mit zwei Händen geführt werden. Allerdings bei diesem Schwert hier gerade in der Mitte, beziehungsweise ist ja schon so ein bisschen Hintergrund, ist eigentlich eine kleine Rarität hier zu sehen. Hier direkt neben meiner Kamera. Und zwar diese kleine Ausbuchtung an der Parierstange. Und zwar ist das ein kleines Detail, was eigentlich hauptsächlich reichere Personen an ihre wertvollen Schwerter, meistens an ihre Brunschwerter, die man dann ausführt, zu irgendwelchen Gelegenheiten, zu irgendwelchen Zeremonienzwecken angebracht haben lassen, um eben während das Schwert in der Scheide ist, das Schwert vor Regen oder Feuchtigkeit zu schützen. Damit eben der Regen da von oben nicht einfach an der Seite reinläuft, da hat man dann so einen Schirm drüber, das ist dann alles recht gut geschützt davor. Das findet man beispielsweise auch bei einigen Schwertern in der Wallace Collection in London. Da ist das sehr prominent im englischen, beziehungsweise auch im schottischen Raum. Aber ist jetzt auf der anderen Seite nicht unbedingt etwas, was man an ein alltägliches Gebrauchsschwert anfügen würde, was dann auch noch von einem, ich sag mir jetzt mal in Anführungszeichen, Nobody benutzt wird. Also ich gehe mal nicht davon aus, dass die Person, die das Schwert hier gerade führt, irgendein großer Herzog oder König oder irgendwer ist. Von daher, ja, schönes Detail, aber jetzt nicht unbedingt zur Szene passen. So, und da haben wir dann quasi die Gegenseite. Also ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass wir hier eine kohärente Schlachtszene zu Anfang gezeigt bekommen. Und ich gehe tatsächlich auch mal stark davon aus, dass das im Kontext der ganzen Serie die Schlacht von Nancy sein könnte. Wie gesagt, ich habe den ganzen drei Teil nicht gesehen, aber wir kümmern uns ja heute so ein bisschen darum, was man hier aus dem Kontext ein bisschen rauslesen kann. Aber ich habe jetzt hier speziell angehalten, weil es auch etwas ist, was ich schon öfters mal angesprochen habe in meinen Videos und was mir tatsächlich auch sehr am Herzen liegt. Und zwar die Gewichtung historischer Authentizität versus Sicherheit und Machbarkeit am Filmset. Denn eigentlich müsste man hier zu dieser Szene sagen, da ist einiges falsch dran. Alleine wenn wir uns diese Bewaffnung hier angucken, diese Speere oder Lanzen sind eigentlich viel zu kurz für so einen frontalen Reiteransturm. Mal ganz davon abgesehen, dass hier wahrscheinlich wieder Besenstiel benutzt wurde als Lanzenschaft und die Lanzen dadurch einfach schlichtweg zu dünn sind. Weiter geht es dann mit den Rüstungen. Also wir haben in dieser ganzen Reihe an anstürmenden Reitern haben wir zwei Leute. Einer ist hier gerade so ein bisschen versteckt und da hinten ist auch noch einer, die überhaupt ein Visier aufhaben. Was im Grunde genommen Standardausrüstung im 15. Jahrhundert für Reiter ist. Wenn du dir nichts leisten kannst, leiste dir einen Helm mit Visier. Weiter geht es dann auch an Armen und Beinen. Die haben hier alle so eine Art Brustpanzer an, aber Beine und Arme sind ziemlich ungeschützt. Kann man da hinten im Hintergrund sehen, da ist gar keine Rüstung dran. Und dann geht das noch weiter zu den Pferden. Ja, ich weiß, Rosshanische auch im 15. Jahrhundert sind sehr, sehr teuer. Gerade auch die besonders Verzierten oder die besonders groß Schutz bietenden. Aber Pferde sind verdammt wertvoll. Und auch wenn man sich nicht viel Rüstung für sein Pferd leisten kann, kann man davon ausgehen, dass schwere Kavallerie, womit wir es hier zu tun haben, einfach von der Tatsache her, dass wir hier einen frontalen Kavallerieangriff sehen, leichte Kavallerie würde sowas nicht machen, hätte jedes dieser Pferde irgendwo wenigstens ein bisschen Rüstung. Also da kann man schon sehen, da ist historisch gesehen sehr, sehr viel in Anführungszeichen falsch dran. Allerdings haben wir hier jetzt wieder den filmischen Aspekt. Und das ist etwas, was ich immer wieder aufgreife. Sicherheit am Set ist das A und O. Es ist mir ganz egal, wie historisch akkurat irgendeine Produktion ist, solange da niemand zu Schaden gekommen ist oder im schlimmsten Fall noch jemand sein Leben verloren hat, einfach weil man etwas darstellen wollte, was nicht wirklich sicher ist. Und letztendlich haben wir es hier mit einem Haufen von Stuntleuten zu tun. Und dann auch noch Stuntleute, die reiten können. Das ist schon mal nicht selbstverständlich. Und damit man eben gewährleisten kann, dass diese Stuntleute sicher reiten können, müssen die Leute viel sehen. Dadurch haben sie eben kein Visier an. Sie müssen ihre Arme und Beine bewegen können. Und auch wenn man in gut gearbeiteter Rüstung seine Arme und Beine gut bewegen kann, gut gearbeitete Rüstung ist sehr, sehr teuer. Und so eine Filmproduktion hat meistens nicht so viel Geld, um das dann für so eine nebensächliche Szene auszugeben. Und deswegen lässt man sie eben weg, weil die Alternative wäre, dass man nicht gut passende Rüstungen einsetzt, in denen man sich nicht so gut bewegen kann. Und es wäre dann wieder unsicher. Und bei den Pferden geht es dann eben noch weiter. Das ist höchstwahrscheinlich schon eine Meisterleistung, diese Pferde hier so eng nebeneinander mit größerem Gewicht obendrauf, weil die Stuntleute haben ja auch noch Rüstungsteile an, auch wenn die wahrscheinlich aus Polyurethan sind. Und schon mal ein bisschen mehr Gewicht und dann noch dieser Wald von Speeren, Lanzen irgendwie im Gesicht rumhängend, dass die Pferde das überhaupt mitmachen, ist auch schon nicht selbstverständlich. Und dann den Pferden auch noch irgendwas umzuhängen, was die Pferde stört, wäre höchstwahrscheinlich auch nicht so sicher. Und wie gesagt, das ist so etwas, das hat jetzt nicht unbedingt was nur mit historischer Authentizität zu tun, sondern da bin ich auch immer ganz groß mit dabei, wenn es darum geht, Leute, lasst die Kirche im Dorf stehen. Das hier ist nicht eine filmische Aufnahme von 1477 oder wann auch immer, sondern das ist immer noch eine moderne Produktion. Und Sicherheit geht da einfach vor historischer Authentizität. Und genau da halten wir auch nochmal an. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir hier eben schon die Schlacht von Nancy gezeigt bekommen haben, weil wir hatten ja eben auch nochmal diese Jahreszahl 1477 und am 5. Januar 1477 war eben diese Schlacht bei Nancy. Dann hätten wir hier jetzt tot auf dem Boden liegend den Herzog von Burgund oder den ehemaligen Herzog von Burgund, Charles de Temerère oder eingedeutscht Karl der Kühne. Und das ist ja auch letztendlich der Auslöser für diese ganze Thematik zwischen Maximilian I. von Österreich und Maria von Burgund, dass die beiden dann heiraten müssen. Was ich hier dran sehr, sehr wunderbar finde, wo ich der Produktion wirklich die Füße küssen könnte, ist diese Rüstung. Auch wenn sie zugegebenermaßen hier und da kleinste Fehler hat, wie zum Beispiel eine überbordende Anzahl von Nieten und hier das Visier bei diesem Schaller passt auch nicht so ganz, weil es müsste ein bisschen weiter nach vorne gesetzt sein, weil das wäre nicht ganz so gemütlich, wenn man diesen Schaller den ganzen Tag auf hätte. Also je nachdem, wie groß die Nase der Person ist, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber meine Nase ist sehr groß. Aber das ist wirklich zu vernachlässigen, weil diese Rüstung hier ist Chefskiss. Also wirklich. Wir haben hier nicht nur eine wunderbare Darstellung der deutschen Spätgotik, sondern wir haben sogar einen sehr, sehr typischen Stil, der nicht nur für die deutsche Spätgotik sehr charakteristisch ist, sondern der auch einem einzigen historischen Schmied zugeordnet werden kann, der so berühmt ist, dass wir heutzutage sogar seinen Namen noch überliefert haben, nämlich Lorenz Helmschmied. Und Lorenz Helmschmied ist eben so berühmt, selbst heute noch, weil er sehr charakteristische und sehr bekannte Rüstungen gemacht hat, unter anderem auch mehrere Rüstungen für Maximilian I. von Österreich oder auch meine persönliche Lieblingsrüstung von ihm, die Rüstung für Sigismund von Tirol. Beide Rüstungen sind heute noch zugänglich, die findet man in Wien in der Rüstsammlung. Also wenn ihr die mal im Original sehen wollt, fahrt nach Wien, fahrt in die Rüstsammlung. Es lohnt sich wirklich. Und diese Rüstung ist 1 zu 1 da angelehnt. Und zwar bis in mikroskopisch kleinste Details. Also, dass wir hier am unteren Brustbereich diese Flutungen haben, also diese kleinen Kanelluren, die ihr hier sehen könnt, die nennt man eben Flutungen. Oder hier auch am untersten Bauchriemen, am Bauchreifen, diese charakteristischen Flutungen, das ist 1 zu 1 nicht nur deutscher, spätgotischer Rüstungsstil, sondern eben auch sehr charakteristisch für einen einzigen Schmied, nämlich Lorenz Helmschmied. Wobei man hier bei einer Sache ein bisschen Geld gespart hat, und zwar diese leicht goldenen Verzierungen hier, die man überall an dieser Rüstung hier sieht. Die sind hier relativ platt gearbeitet, im historischen Original. Also mit Ausnahme hier, da sieht man so ein paar Kanelluren drin, auch hier oben oder da auch am unteren Bauchreifen. Aber im historischen Original sind das hier alles goldene, beziehungsweise vergoldete kleine Lilienbänder. Da hat man wahrscheinlich gedacht, ja komm, in der Kamera sieht man das eh nicht so genau. Da lohnt es sich jetzt nicht, so viel Geld dafür auszugeben, das dann noch so genau nachzuproduzieren. Allerdings könnt ihr mir, wenn ihr den Dreiteiler gesehen habt, mal unten in die Kommentare schreiben, ob das in der Serie tatsächlich Karl von Burgund oder Charles de Temmerer, Karl der Kühne, sein soll. Weil dann passt diese Rüstung eigentlich nicht wirklich. Weil ich habe eben schon gesagt, das ist ein typisch deutscher Rüstungsstil. Und zwar ein typischer Rüstungsstil für so die Ecke heutiges Südost-Deutschland. Also so die Ecke München-Landshut-Nürnberg. So die Gegend, wo auch Lorenz Helmspied lange Zeit gearbeitet hat. Und sowas würde sich ein burgundischer Herrscher natürlich nicht anziehen. Auch wenn die Rüstung noch so schön ist, aber das wäre allein schon ein politisches Statement. Und Burgund und das Heilige Römische Reich waren jetzt die letzten 200 Jahre vor 1477 nicht so die besten Freunde. Mal ganz davon abgesehen, dass Burgund ihren eigenen Rüstungsstil zu der Zeit hat, der auch so ein bisschen in Konkurrenz steht mit dem gotischen Stil. Also letztendlich würde sich diese spezielle Rüstung ein burgundischer Herzog nicht selbst anziehen. Aber wo wir gerade schon bei teuren Rüstungen sind, hier ein kurzes Wort zum Sponsor des heutigen Videos, NordVPN. Heutzutage ist man ja ständig im Internet unterwegs und hinterlässt überall seine privaten Daten, ob man will oder nicht. Wenn man sich da doch nur mit einer digitalen Rüstung schützen könnte. Hier hilft NordVPN. Mit nur einem Klick beim Start des PC ist man völlig anonym im Internet unterwegs. Das Ganze ist somit sogar einfacher und schneller, als sich eine richtige Rüstung anzuziehen. Aber für mich persönlich ist das noch nicht einmal das Hauptverkaufsargument. Wie ja einige von euch mag auch ich Filme und Serien und habe da auch bei dem einen oder anderen Streamingdienst Abonnements laufen. Allerdings kommt es immer wieder vor, dass Filme zwar auf einer Plattform, bei der ich auch ein Abo habe, gelistet, aber nicht in Deutschland verfügbar sind. Jetzt könnte ich noch ein anderes Abo bei noch einer anderen Plattform abschließen, um diesen einen Film auch in Deutschland sehen zu können, was mich wieder 10 bis 15 Euro mehr kostet, zuzüglich etwaiger Kosten des Films selbst oder ich lasse NordVPN das für mich lösen. Ein Beispiel. Hurricane Luftschlacht um England. Ein kurzer Suchlauf auf Netflix Deutschland. Keine Treffer. Schnell per NordVPN umstellen auf USA, Seite 9 laden und voila, da ist der Film mit USA-amerikanischem Titel Hurricane Mission of Honor. Oder was für mich der Killer war auf Reisen damals, selbst wenn du ein Streaming-Abo in Deutschland hast, sobald du ins Ausland verreist, merkt der Streamingdienst das und verweigert dir Zugang. Nicht mit NordVPN, denn hier willst du dich einfach aus dem Ausland wieder in Deutschland ein und der Streaming-Anbieter denkt, du wärst wieder in Deutschland und gibt deinen Zugang zurück. Also wenn ihr schon Geld für ein Abo bezahlt, geht ihr mit NordVPN sicher, dass ihr den Service auch immer nutzen könnt. Und da hat NordVPN jetzt ein Angebot für euch. Normalerweise kostet ein Abo bei NordVPN etwa 10 Euro pro Monat. Wenn ihr über den Link in der Videobeschreibung auf die Seite geht oder beim Kauf den Code ARMYDAS eingibt, bekommt ihr bei Auswahl des 2-Jahres-Abos einen Monat geschenkt und bezahlt lediglich 3,17 Euro pro Monat. Ich selbst benutze NordVPN seit einigen Monaten auch und kann euch sagen, dass ich rein rechnerisch schon einiges gespart habe dadurch. Das Angebot gilt allerdings nur für kurze Zeit, also schon mal viel Spaß beim Filmeschauen. Danke an NordVPN für das Sponsor dieses Videos und weiter geht's mit Maximilian. Dein Vater ist nicht mehr. Von nun an bist du Herzogin von Burgund. Alle werden... Ja, nein. Also mehr oder weniger. Also es geht hier so ein bisschen um diese ganze Geschichte, dass eben der Herzog von Burgund, also Marias Vater hier, gestorben ist und Karl der Kühne, dieser Herzog von Burgund, hatte eben außer Maria keinen Nachkommen. Und man muss dazu sagen, Burgund zu dieser Zeit ist wie 99% aller feudalen Systeme im späten Mittelalter ein patriarchales Deszendenzrecht. Das heißt im Idealfall, dass der männliche Sohn eines Herrschers all seine Titel erbt, falls kein männlicher Sohn vorhanden ist, erbt der nächste männliche Verwandte. Falls kein nächster männlicher Verwandter da ist, erbt ein ausländischer nächster männlicher Verwandter. Und falls da niemand da sein soll, dann kann mit einer ganz geringen Chance eine Frau erben. Und selbst dann hätte sie einen sogenannten geringen Anspruch. Das heißt letztendlich ist das sowas wie freiwillig und jeder ausländische Herrscher kann theoretisch sagen, oh, ich habe in meinen Stammbäumen 30 Generationen zurückverfolgt und dann 50 Generationen auf der anderen Seite wieder nachverfolgt und eigentlich habe ich den Anspruch auf dieses Land. Und so sind dann letztendlich im Mittelalter auch viele Kriege entstanden. Das heißt, selbst wenn sich die historische Person der Maria von Burgund dazu entschieden hätte, alleine über Burgund zu herrschen, wäre das realistisch wahrscheinlich nicht gut gegangen, weil dann jeder Herrscher drumherum, gerade die französischen Herrscher, gesagt hätten, ja, nein, dein Land gehört jetzt uns und du bist ab sofort niemand mehr. Und genau aus diesem Grund war Maria von Burgund ja noch zu Lebzeiten ihres Vaters, Maximilian I. von Österreich, versprochen. Also es war letztendlich eine typische arrangierte Ehe, nur dass in diesem Fall eben der Herzog von Burgund zuerst gestorben ist, bevor die Ehe vollzogen worden ist. Wäre die Ehe zwischen Maximilian und Maria einfach schon vorher vollzogen worden, wäre Maximilian sofort Herzog von Burgund geworden. Du wirst Maria von Burgund heiraten. So, hier gehe ich einmal davon aus, dass wir rechts im Bild einmal Ludwig XI. von Frankreich haben und links im Bild einmal hinter meiner Kamera, fups, da ist die Kamera weg, Karl VIII. von Frankreich haben. Also zu diesem Zeitpunkt noch der Dauphin von Frankreich. Der Spätokönig Karl VIII. von Frankreich. Und hier wird es gerade quasi genau um das gehen, was ich gerade gesagt habe, nämlich, dass sich jetzt der französische König, zu diesem Zeitpunkt eben noch Ludwig XI., daran macht eben das Herzog von Burgund, in die französische Einflusssphäre zu bringen und dafür eben seinen Sohn und Nachfolger, Karl VIII., sozusagen benutzt. Von Burgund heiraten. Ich möchte, dass die Bürger... So, dann müssen wir auch nochmal kurz anhalten. Jetzt sehen wir den Dauphin auch nochmal nicht hinter meiner Kamera. Und das Erste, was mir auffällt, ist, dass er exakt den gleichen Helden kriegt, wie die tote Person, die wir eben schon aufgrund ihrer Rüstung etwas thematisiert haben. Ich weiß jetzt nicht, wie das in der filmischen Produktion hier gemacht wurde, ob der Helm dann einfach genommen wurde und als Kriegstrophäe nun dem Dauphin gegeben wurde, oder ob der Dauphin hier einfach einen identischen Helm hat, was eigentlich auch nicht wirklich realistisch ist. Aber hier haben wir eben wieder genau das Gleiche. Ein französischer Herrscher, gerade ein französischer Herrscher, würde sich nie und nimmer einen deutschen gotischen Hanisch oder auch nur einen deutschen gotischen Helm anziehen. Auch wenn es gut aussieht, denn das ist ein politisches Statement. Wenn das irgendein französischer Ritter macht, ist das nicht das Thema. Der kann sich für sein Geld die Rüstung kaufen oder die Rüstung, ist ganz egal, ob der jetzt eine englische Rüstung trägt oder eine deutsche Rüstung oder eine italienische Rüstung oder eine französische Rüstung. Ganz egal, aber sobald es eben an Herrscher geht, gerade an den König oder den späteren König hier, den Dauphin hier noch von Frankreich, der trägt rein aus politischem Interesse keine deutsche Rüstung. Die einzige Zeit in der Geschichte, wo das mal vorgekommen ist für einen kurzen Zeitraum, ist eine kurze Zeit um 1400. Weil zu diesem Zeitpunkt eben speziell in Norditalien, speziell in Mailand, ein neuer Rüstungstyp aufkommt, der allein von seinem Typ aus, nicht von seinem Stil, also wie er aussieht, sondern allein von seiner Machart, besser ist als jede andere Rüstung in ganz Europa. Deswegen werden um 1400 überall in Europa immer wieder italienische oder norditalienische Rüstungen getragen, weil sie einfach vom Typ her besser sind. Aber das endet dann auch sehr, sehr schnell, weil sich eben andere Länder die Machart abgucken und dann in England, Frankreich, Deutschland, Burgund, Spanien überall eigene Rüstungen produziert werden im eigenen Stil und dann geht man eben wieder sehr, sehr schnell weg davon, italienische Rüstungen zu tragen in England, Frankreich, Deutschland, also Deutschland gab es ja damals noch nicht, Heiligen Römischen Reich, so. Naja gut, Spanien gab es damals auch noch nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Im spanischen Raum und im deutschen Raum und im französischen Raum. Wobei, dann haben wir es ja mit Kulturgruppen zu tun. Ob das jetzt metropolitane Franzosen sind oder aquitane Franzosen? Geschichtsarbeit ist immer sehr, sehr einfach. Naja, der Kernpunkt ist, dass ungefähr ab 1430, 1440 jedes Land oder jede staatliche Entität auch eigene Rüstungsstile hat und diese auch trägt. Es ist mein Wille, dass du Maria von Burgund zur Frau nimmst. Oh, es ist ja auch mein Wille, dass du die Maria von Burgund zur Frau nimmst. Krieg für die anderen. Wir glücklichen Österreicher Heiratnehmer. Bella Gerand Ali to Felix Austria Nube. Also quasi grob übersetzt mögen andere Kriege führen. Du glückliches Österreich heirate. Mittlerweile ein sehr gepflügtes Sprichwort. Wird auch allen möglichen österreichischen Herrschern so in den Mund gelegt und ist quasi auch seit den frühen 1400er Jahren so eine Art inoffizielles Motto der Habsburger. Wird allerdings meistens auch in ein sehr verklärtes Weltbild gerückt. Dadurch, dass man damit eben ausdrücken möchte hier und da, dass Österreich ungern oder die Habsburger speziell ungern Kriege angefangen hätten und anstelle dessen lieber geheiratet hätten. Und das kann man natürlich von Person zu Person speziell betrachten. Natürlich, letztendlich geht es hier um Jahrhunderte der Habsburger Geschichte. Aber das so verallgemeinern zu sagen, ist eben letztendlich auch nicht wirklich richtig. Denn ja, politische Heirat gehört dazu. Allerdings auch nicht mehr oder weniger als in allen anderen Dynastien des späten Mittelalters oder generell des Mittelalters, der Neuzeit und in manchen Familien teilweise der Moderne auch noch. Was es bei den Habsburgern nur ein bisschen prominenter macht, ist, dass die Habsburger über die Jahrhunderte hinweg immer sehr viel Glück hatten oder meistens sehr viel Glück hatten mit ihren politischen Heiraten, sodass sie dann letztendlich über halb Europa irgendwann geherrscht haben. Spätestens zu dem Zeitpunkt, als Spanien, also dann wirklich Spanien, nicht mehr nur Kassilien oder Leon oder wie auch immer, sondern wirklich Spanien über halb Europa geherrscht hat. Also nicht nur über Spanien, sondern auch über die spanischen Niederlande oder Neapel mal ganz von den ganzen Kolonien in Nordamerika, Südamerika, Zentralamerika zu schweigen. Aber das ist natürlich auch nicht alles. Da gehört eben auch die berühmte österreich-burgundische Hochzeit dazu, die hier auch so ein bisschen thematisiert wird eben. Oder auch später dann, was dann so ein bisschen in die Familie einläuft, Österreich-Ungarn und was da dann auch mit den ganzen Familienbanden und Allianzen zusammenkommt. Ja, das stimmt schon. Allerdings hat Österreich speziell nicht wirklich davor zurückgeschreckt, auch Kriege zu führen, wenn es eben die politischen Mittel oder die politischen Umstände so erfordert. Also gerade wo wir hier sind, auch Maximilian selbst ist ja nicht wirklich der friedliebendste Mensch der Welt gewesen. Letztendlich hat er sich selbst in einer Welt, die schon von der Renaissance beherrscht wurde, als den letzten Ritter bezeichnet. Hat Rüstung und Waffen schlichtweg gesammelt, hat sich auch immer in seinen Rüstungen speziell auch von Dürer darstellen lassen. Also abschließend dazu, du glückliches Österreich heirate, ja, aber Kriege mögen andere führen, schwierig. Habt ihr tatsächlich gedacht, ich beuge mich euren Forderungen? Dann gibt es auch kein Geld. Wir weisen ihrer fehlgeleiteten Seele den rechten Weg. So, hier muss ich jetzt wirklich, wirklich anhalten, denn diese Szene, oder wie diese Szene zumindest, die im Trailer gezeigt wird, ist wirklich Gold wert. Das erste, was ich hierzu sagen muss, sind diese beiden Banner. Also nicht nur, dass wir hier die korrekte, oder zumindest sieht es im Moment, wo diese Banner hier so hängen, so aus, als ob es die korrekte Form wäre, da haben wir ja während dem Robin Hood Video schon mal ein bisschen drüber gesprochen, es ist auch noch das korrekte Wappen drauf. Und zwar nicht irgendein generisches Burgund Wappen, sondern das Wappen von Karl dem Kühn selbst, also vom Vater von Maria von Burgund. Was ein anderes Wappen ist, als das Burgundische Wappen. Also das muss man so ein bisschen differenzieren. Das eine wäre quasi so eine Art staatliches Wappen, und hier haben wir eben nicht nur ein Familienwappen, sondern ein wirklich personifiziertes Wappen. Das Einzige, was mir hier jetzt noch ein bisschen drauf fehlt, aber das liegt auch daran, weil man die Mitte dieses Banners nicht sieht, wäre, da ist eigentlich in der Mitte noch ein schwarzer Löwe, ist das glaube ich, auf goldenem Grund. Das sehen wir jetzt hier so nicht. Aber der Rest des Wappens ist wirklich 100% authentisch. Wir haben hier sowohl oben links als auch unten rechts, also es ist ein typisches gevierteiltes Wappen, oben links, unten rechts haben wir die goldene Lilien auf blauem Grund, umringt von diesem rot-weißen Band. Und dann hier nochmal, sowohl rechts oben als auch links unten, nochmal geteilt, der goldene Löwe auf schwarzem Grund und die blau-goldene Streifen von Burgund. Und wie gesagt, eigentlich wäre dann in der Mitte, was wir jetzt hier gerade nicht sehen, nochmal ein schwarzer Löwe, auf goldenem Grund. Das ist wirklich eines der wenigen, wenigen authentischen Wappen, wirklich, wirklich authentischen Wappen, die man in medialen Produktionen hat. Und ich frage mich tatsächlich auch immer, warum eigentlich? Denn wenn wir solche berühmten Charaktere haben, wie hier eben Maria von Burgund, es ist sehr, sehr einfach, in heutiger Zeit, ihr persönliches Wappen rauszufinden. Es gibt das Internet, da gibst du einmal kurz ein, Maria von Burgund, dann wirst du erst mal nicht viel finden, weil Maria von Burgund erst mal als Frau kein wirklich eigenes Wappen hatte, sondern nur das geerbte Wappen von ihrem Vater. Und dann googelst du kurz das Wappen ihres Vaters, also Karl der Kühne, und dann triffst du genau dieses Wappen. Und trotzdem ist es so schwer, in medialen Produktionen authentische Wappen zu finden. Und deswegen auch, wenn ich gerade gesagt habe, eigentlich braucht das nur fünf Minuten Recherchearbeit, kriegt diese Produktion ihr einen großen Hut ab dafür, dass sie es mal gemacht haben. Meine Gemahlin. Oh, okay. Jetzt kommen wir zu auch einem persönlichen Highlight für mich, nämlich dieser Rüstung, die Maximilian I. hier trägt. Wir blenden den Hintergrund, speziell den linken Bildhintergrund, mal kurz aus und konzentrieren uns wirklich nur auf diese Rüstung, die hier getragen wird. Und zwar ist das hier eine Mischung aus einer sehr, sehr authentischen Rüstung und einer abstrakten Fantasy-Version davon. Nämlich die Rüstung, die Maximilian hier eigentlich tragen sollte, die haben wir schon mal gesehen. Da habe ich am Anfang gesagt, dieser tote Typ, der da liegt, der hat eigentlich die Rüstung an, die Maximilian I. hier tragen sollte. Ein bisschen abgeändert noch. Aber alles in allem ist die Form der Rüstung hier absolut authentisch. Bei den Ecken und Kanten, gerade bei den Schulterplatten, könnte man auch sagen, ja okay, es ist ein bisschen kruder gemacht als Lorenz Helmschmied, aber meine Güte, es war auch Lorenz Helmschmied im Original. Lorenz Helmschmied ist der Meister für den deutschen gotischen Rüstungsstil. Da kommt niemand dran. Also wenn es hier und da ein bisschen zu eckig ist im Vergleich zum Original, das ist absolut zu vernachlässigen. Und auch ein Detail, was ich hier dran liebe, ist, dass wir hier im Vergleich zu der Rüstung, die wir am Anfang hatten, eben nicht einfach nur hier auf der Brust gerade oder hier am Kragen noch oder hier oben an der Schulterplatte diese geraden, soliden, vergoldeten Bänder haben, sondern hier haben wir tatsächlich diese kleinen, filigranen Lilien eingearbeitet. Und gerade auch hier auf der Brust noch diese Kreuzlilie. Es ist wunderbar, dass man das hier so aufgegriffen hat. Allerdings zwei Sachen stimmen hier an dieser Rüstung so gesehen nicht. Die eine Sache ist, dass diese Rüstung von oben bis unten bemalt ist. Oder vielleicht soll es auch den historischen Vorgang des Brunierens und des Vergoldens und Brunierens widerspiegeln. Aber ich gehe mal davon aus, dass man es für die Produktion einfach bemalt hat. Und diese gotischen Rüstungen, gerade die berühmten Rüstungen von Lohr und Zähmschmied, waren nicht bemalt. Und besonders diese kleinen, filigranen Lilien waren eben nicht aufgemalt, sondern waren dann extra Band, was dort angenietet. Waren es angenietet? Ich glaube, es war angenietet und dann vergoldet wurde. Aber wahrscheinlich war es hier auch wieder für die Produktion etwas zu teuer, die Rüstung so anfertigen zu lassen, wie es denn historisch hätte sein müssen. Und um diesen Wow-Effekt dann nochmal zu verdeutlichen, hat man eben das ganze Ding dann so brüniert aussehen lassen und hat dann diese goldene Bemalung drauf gemacht, hin und wieder, auch mit diesen floralen Ornamenten hier, die so auch nicht in der Originalrüstung vorkommen. Wobei man hier sagen muss, wenn zu diesem Zeitpunkt, also so 1480, 1485, 1490, da ist so die Hochzeit des deutschen gotischen Rüstungsstils, wenn man zu diesem Zeitpunkt Rüstung noch im großen Stil bemalt hätte, wäre es gar nicht so undenkbar, dass eine Rüstung genau so hätte aussehen können. Von daher auch absolut plausibel. Ein kleineres Detail, was nicht unbedingt hätte sein müssen, ist dieser Umhang mit dieser Fibel hier direkt am Kragen. Und zwar am physischen Kragen. Denn was wir hier sehen, was da so ein bisschen vom Kragen runterkommt hier, ist schon Teil eines Rüstungsteils, was man auch den Kragen oder die Halsberge nennt. Und zwar ist es sehr, sehr wichtig, wenn eine Person einen Schaller trägt, so wie Maximilian hier, dann ist der untere Teil, man sieht das, wenn das Visier jetzt runterkommen könnte und die Linie hier vervollkommnet, dann wäre das Kinn ungeschützt und der Hals wäre ungeschützt. Das heißt, man hat hier unten nochmal ein extra Rüstungsteil, was dann von unten von der Brust aus rauskommt nach oben, was dann so den Hals und das Kinn schützt. Und das ist eben der sogenannte Kragen oder der sogenannte Bart oder der sogenannte Halsberge, da gibt es verschiedene Namen für. Und dieser untere Teil hier ist eben schon Teil davon. Allerdings hat man sich jetzt hier für diese Szene entschieden, Maximilian einen Umhang zu geben. Und dieser Umhang wird befestigt durch diese große Fibel direkt am Hals. Und dann ist man wahrscheinlich auf den Trichter gekommen bei der Produktion, hm, wenn wir jetzt so einen Kragen haben, hier der von unten hochkommt, dann können wir ja gar nicht so eine große, punktvolle Fibel da anbringen. Wie machen wir denn das? Ja, okay, dann schneiden wir die Halsberge einfach ab und nehmen dann die Fibel stattdessen, dann kann Maximilian hier diesen tollen Umhang tragen. Aber letztendlich ist das absolut nicht historisch. Mal ganz davon abgesehen, dass wenn das hier eine Fibel wäre, dann wäre da hinten auch ein langer Dorn. Und Maximilian oder der Schauspieler, in dem Falle jetzt der Schauspieler von Maximilian, hätte gerade einen langen Dorn direkt an seinem Hals. Ungeschützt. Da ist nichts dazwischen. Und wenn er sich ein bisschen bewegt, dann sticht er sich seinen Kegelkopf durch. Gut, ist jetzt vielleicht ein bisschen extrem ausgedrückt, aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Deswegen hat man sowas eben logischerweise im späten Mittelalter nicht gemacht. Wenn jetzt ein Herrscher in Rüstung auch noch Trunk demonstrieren möchte und einen Umhang trägt, dann wird dieser Umhang entweder mit einer Fibel befestigt, die kleiner ist, wenn es denn ein Umhang ist, der hier vorne zugeht, wenn überhaupt, und wenn es nicht ein Umhang ist, der auf den Schultern befestigt wird. Weil das ist sehr viel leichter machbar und auch sehr viel historischer. Von daher finde ich diese Rüstung hier wunderbar, besonders wenn man sie mit anderen Produktionen auch vergleicht. Wenn wir jetzt mal ein bisschen an Robert Pattinson in The King zurückdenken zum Beispiel, also die Rüstung ist hier gegen absolut gar nichts, aber bei dem kleinen Detail, bei der Fibel und dem Umhang hätte man meiner persönlichen, absolut unwichtigen Einschätzung, nochmal ein bisschen mehr Realismus behalten können, dann wäre das Ganze ein, hätte noch ein bisschen stimmigeres Bild ergeben. Er wird siegen. Er wird leben. Du liebst ihn bereits. Ihr wollt also mit Bauern kämpfen? Gegen französische Ritter? Ähm, ich weiß jetzt nicht wirklich, was ich hierzu sagen soll. Also, wir hatten ja eben schon die Rüstung von Maximilian I. Jetzt haben wir hier den Dauphin oder später dann Karl VIII. von Frankreich, König von Frankreich. Ja, so was soll man hier zu dieser Einstellung sagen? Also, mal ganz davon abgesehen, dass wir die heraldischen Standarten, die wir jetzt hier im Hintergrund haben, was auch richtig ist, so, aber mit den falschen Wappen drauf. Also, da haben wir jetzt die drei goldenen Lilien auf blauem Grund. Das wäre so Frankreich in seiner Ganzheit, nur dass es nicht das französische Königshaus und speziell weder Ludwig XI. noch Karl VIII. von Frankreich repräsentiert, weil da wäre wieder ein gevierteltes Wappen mit oben links, oben rechts den goldenen Lilien auf blauem Grund, das stimmt schon, aber dann oben rechts und unten links noch das goldene Kreuz von Jerusalem auf weißem Grund, weil eben der König von Frankreich in seiner Funktion damals nicht nur König von Frankreich war, sondern auch König von Neapel und Titularkönig von Jerusalem. Und auch bei der Rüstung passt einiges nicht zusammen. Hier haben wir wieder einen deutschen Schaller. Das ist ein anderer deutscher Schaller, wie wir ihn eben schon gesehen haben beim Dauphar. Der war ja noch ein bisschen verzierter, beziehungsweise hatte oben auch diese Krone drauf. Der hier hat das nicht, das heißt, das ist ein recht einfacher deutscher Schaller sogar. Dann haben wir hier eine Brustplatte, die eigentlich eher ins 16. Jahrhundert reingehört, mit Schulterplatten, die entweder schon seit dem 14. Jahrhundert außer Mode geraten sind oder die eigentlich erst im 16. Jahrhundert wieder aufkommen. und Ellbogen kacheln, die definitiv um 1400 sind und auch er trägt zu diesem Schaller keinerlei Halsberge, keinen Bart, keinen Kragen, kein gar nichts. Und selbst seine Gefolgsleute hier direkt neben ihm haben Schulterplatten, die teurer sind oder teurer waren als die Schulterplatten des Entweder zu diesem Zeitpunkt, ich weiß nicht wann das spielen sollen in der Serie, noch Thronfolgers oder bereits Königs von Frankreich. Also da ist einiges, wo man noch sagen kann, ja das ist nicht ganz standesgemäß für einen Thronfolger oder König von Frankreich. Also dahingehend auch so ein bisschen schade, dass man da nicht auch hingeguckt hat, was war in Frankreich zu dieser Zeit Rüstungsmode und dann suchten wir uns eine Rüstung raus und geben sie eben hier dem Dauphin oder späteren König von Frankreich, sodass wir eben einen politischen Gegenpol haben zu Maximilian von Österreich und dann später auch Maximilian der Erste vom Heiligen Römischen Reich. Weil der Trailer und ich gehe mal davon aus, auch der Dreiteiler geht ja irgendwie um die Rivalität zwischen diesen zwei Parteien, wenn es um die Nachfolge des Herzogtums Burgund geht, auf politischer Ebene. Natürlich geht es dabei wahrscheinlich mehr um Maximilian und Maria, weil der Titel der ganzen Sache ist ja Maximilian, also nicht etwa Charles Lafable, wie es heißen müsste, wenn dann er hier der Titelcharakter wäre. Also man kann schon verstehen, wieso man dann in der Produktion mehr Geld in Maximilian oder in die Darstellung von Maximilian reinfließen lässt, als in die Darstellung von Karl dem 8. von Frankreich. Aber wenn der große Streitpunkt schon ist, wer die Nachfolge von Burgund bekommt, das Heilige Römische Reich oder Frankreich und man das Heilige Römische Reich so zeigt und dann Frankreich so, da hätte man noch ein bisschen mehr reinstecken können, damit es wenigstens ähnlich aussieht. Oh ja, hier, halte ich auch nochmal kurz an. Ein kleiner Funfact, hier haben wir jetzt ja offensichtlich ein Schlachtfeld mit ganz vielen Toten und was ich immer ganz spannend finde in Filmen oder Serien ist, dass die Toten von Schlachtfeldern immer schön aufgereiht nebeneinander liegen und das höchste der Gefühle ist mal, dass hier und da so ein Bein über dem Bein von jemand anderem liegt oder der Kopf ist mal angelehnt oder so. Aber letztendlich liegen alle Leichen irgendwie schön aufgereiht nebeneinander. Und dazu gibt es tatsächlich einen realen Beleg, der genau das wieder legt. Das ist natürlich etwas, was absolut banal ist, ja, gebe ich auch selbst zu, aber ich fand es tatsächlich auch spannend, als ich es damals selbst mitbekommen habe. Also was heißt mitbekommen? Ich habe es gelesen. Nämlich haben wir einen archäologischen Fund, der uns Aufschluss darüber gibt heutzutage, wie Leute auf Schlachtfeldern gestorben sind. Und zwar ist das die Schlacht von Bisbee oder die Ausgrabung der Schlacht von Bisbee. Also die Schlacht von Bisbee war Mitte des 14. Jahrhunderts und was eben so besonders in diesem Schlachtfeld ist, ist, dass direkt nach der Schlacht und auch einige Zeit nach der Schlacht dieses Schlachtfeld nicht gestört wurde. Das heißt, es gab keine Plünderung, es gab keine Beerdigung. Die Leute sind dort einfach exakt so liegen geblieben, wie sie gestorben sind. Und zwar hat das den Grund, dass höchstwahrscheinlich durch warmes Wetter und sehr sumpfiges Terrain, was dann auch noch aufgeweicht wurde durch diese Schlacht, ein hohes Krankheitsgefahr und ein hohes Seuchenpotenzial vorhanden war vor der namensgebenden Stadt Bisbee. Und dass Leute sich dann eben nicht auf dieses Schlachtfeld getraut haben. Und letztendlich sind dann diese ganzen kämpfenden Personen, die bei dieser Schlacht von Bisbee gestorben sind, durch sumpfiges Terrain und hier und da eingesickert, eingesackt irgendwie in die Erde. Und man hat dann bei Ausgrabungen diese Leute noch mit ihrem ganzen Hab und Gut und in der Position, wie sie gestorben sind, wieder ausgegraben. Und Funde von dieser Ausstellung kann man eben heutzutage noch in Visby sehen oder in London. Da gibt es eine große Ausstellung dazu. Und man hat eben bei diesen Ausgrabungen auch festgestellt, dass die Leute eben nicht nebeneinander gestorben sind, sondern zu 95 Prozent einfach aufeinander. Und man geht davon aus, dass es deswegen so ist, weil eben, wenn jemand erschlagen wird durch Keule, Speer, Schwert, ganz egal, eben nicht sofort stirbt, sondern eben noch einige letzte Aktionen durchführen kann. Und bei dieser Ausgrabung hat man eben gemerkt, dass ein Großteil dieser letzten Aktionen eben darin bestand, sich an Leuten festzuhalten und dann im letzten Atemzug diese Leute noch mit Dolchen oder was auch immer gerade da war, noch zu töten, sodass dann die beiden Leute aufeinander gefallen sind und schon mal aufeinander lagen in ihrem Tod. Und dann sich das Ganze nur noch gehäuft hat, nämlich dadurch, dass dann andere kämpfende Personen über diese schon toten darliegenden Häufchen von Leuten gestolpert sind und dann von anderen Personen auch noch getötet wurden. Und dann haben diese Personen sich auch noch an denen festgehalten und haben die auch noch getötet und dann liegen da irgendwann vier, fünf Leute auf einem Haufen drauf und eben nicht nebeneinander. Und das ist eben etwas, was ich auch sehr spannend finde. Das hat so tatsächlich Game of Thrones in der sogenannten Schlacht der Bastarde sehr gut gemacht. Da gibt es eine Einstellung, wo eben ein schon sehr unrealistisch hoher Berg an Leichen da eben liegt. Aber der Ansatz ist eben gar nicht so verkehrt und ist zumindest schon mal richtiger, in Anführungszeichen, als dann dieses schöne Nebeneinander liegen. So, viel zu diesem Trailer. Eine Sache muss ich jetzt kurz nochmal ansprechen, was im Trailer nicht so ganz greifbar ist, aber was im Trailer die ganze Zeit so ein bisschen suggeriert wird. Und zwar ist das die Thematik der Erbfolge von Burgund. Und zwar wird es in diesem Trailer so suggeriert und die Leute, die den drei Teile gesehen haben, die können es mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das auch in der fertigen Produktion so ist. Aber es wird hier im Trailer suggeriert, dass diese Hochzeit zwischen Maximilian und Maria eben nicht unbedingt feststehen würde oder festgestanden hätte. Und als ob speziell Maria sich dann letztendlich dafür entscheidet, Maximilian zu heiraten. Was ja auch erstmal eine moderne Message ist und auch eine sehr wichtige moderne Message in einer Zeit, wo wir nicht mehr in einer Welt von arrangierten Ehen leben oder wo ich zumindest hoffe, dass das so ist bei den meisten von uns da draußen. Aber historisch gesehen in diesem Fall stimmt es eigentlich nicht so wirklich, denn die Heirat von Maximilian dem Ersten von Österreich und Maria von Burgund war eine klassische arrangierte Ehe. Sie wurde arrangiert von den jeweiligen Vätern, also Friedrich der Dritte von Österreich und Karl der Kühne von Burgund und auch quasi direkt nach dem Tod von Karl dem Kühnen vollzogen. Also Karl der Kühne ist ja am 5. Januar 1477 gestorben und bereits im August 1477 haben Maximilian und Maria geheiratet. Also da ist noch nicht mal ein Jahr dazwischen. Und an der Stelle groß geht raus an alle Verheirateten da draußen. Es ist ja heutzutage schon schwierig, eine komplette Hochzeit zu planen innerhalb von einem Jahr. Location und Catering und der Fotograf, die müssen ja alle Zeit haben dafür. Und da sollte man sich ja heutzutage schon ein Jahr im Voraus drum bemühen. Und heutzutage haben wir Internet und Telefon und alles mögliche. Und damals hatte man das alles eben nicht. Und da haben wir jetzt einen Österreicher und eine Burgundin, die tausende von Kilometern weit auseinander wohnen und die jetzt heiraten müssen. Und da kannst du davon ausgehen, wenn die im August 1477 geheiratet haben und der Vater von Maria ist am 5. Januar 1477, also im gleichen Jahr gestorben, da hat man direkt nach dem Tod angefangen, diese Hochzeit zu planen. Vor allem, es ist ja nicht irgendeine Hochzeit. Es ist die Hochzeit von zwei der bekanntesten und mächtigsten Familien Europas. Auf der einen Seite haben wir das Haus de Bourgogne, was schon seit hunderten von Jahren wichtig ist, sowohl im französischen Raum als auch im norddeutschen Raum, als auch im englischen Raum tatsächlich. Und auf der anderen Seite haben wir den Habsburger Erben des Kaisertitels des Heiligen Römischen Reiches. Normalerweise im Hoch- und Spätmittelalter dauert das Jahre. Da dauert das zwei, drei, fünf, zehn Jahre, so eine Hochzeit zu planen und zu arrangieren. Und die beiden haben das noch nicht mal innerhalb von einem Jahr geschafft. Also dass man hier im Trailer so ein bisschen suggeriert, dass das keine festgelegte Sache gewesen wäre, dass Maria Maximilian heiratet. Das ist so nicht wirklich ganz richtig. Was auf der anderen Seite jedoch historisch ist und was letztendlich auch ein glücklicher Zufall für die beiden ist, dass sie aus einer arrangierten Ehe trotzdem noch eine Ehe gemacht haben, in denen die beiden Parteien sich lieben. Und an der Stelle wahrscheinlich Spoiler für die Miniserie. Keine Ahnung. Maria stirbt ja auch recht früh und Maximilian lebt dann ja noch Jahrzehnte weiter und regiert sein Land und ist diese ganze Zeit auch, also wenn man den Schriftfällen glauben kann, in Trauer um seine verstorbene Ehefrau. Und auch wenn er noch zwei andere Ehefrauen in seinem Leben hatte, nämlich Anna, die Herzogin der Bretagne und Bianca Maria Sforza und dann hin und wieder noch ein paar andere Frauen, mit denen er bis zu 14 illegitime Kinder hatte, hat er eben den Verlust von Maria, wie gesagt, wenn man den Textfällen glauben kann, nie wirklich verarbeitet. Weil dann eben aus dieser ersten arrangierten Hochzeit doch Liebe geworden ist, aus den anderen Hochzeiten dann wahrscheinlich eher weniger. Aber das an der Stelle erstmal zu Maximilian, das Spiel von Macht und Liebe. Lass mir auch gerne mal unten in den Kommentaren stehen, was deine Lieblingsszene aus diesem Werk ist, falls du es gesehen hast, nicht so wie ich. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und ciao. Ich schaffee euch auf deine Lieblingssönlich, ich schaffee euch auf die Hölle. Das ist ein Schiff von dir. Und dann dann bitte ganz gerne. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.